Hallo meine Lieben und Willkommen zu einem neuen Orakel hier bei mir und wir schauen auch ganz direkt hinein. So, die Gruppe, also wir formen uns neu und nehmen ganz neue Dinge auf, die jetzt auf uns zukommen werden. Wir sollen wertfrei bleiben innerhalb dieser Zeit, die jetzt kommt. Es kommt, wir lösen uns auch von etwas Altem, passt natürlich genau auch jetzt zur großen Samhain-Zeremonie am Wochenende und dadurch kommt die Entfaltung und auch die Klarheit in eure Gedanken zurück. Also das ist schon mal sehr, sehr, sehr positiv, wie ich das hier sehe. Und ich würde sagen, wir schauen auch jetzt nochmal ganz direkt in andere Orakel-Karten hier hinein und schauen uns das an, was diese uns denn noch dazu verraten wollen. Es ist ja auch wichtig, dass man diese Impulse wirklich auch hat und dass sie einem leiten, ja, ganz wichtig. Es kommt zu einem Treffen, es kommt zu einer Verabredung. Es kommt zu Gesprächen, du gehst ein bisschen angespannt dahin. Das ist erstmal die Grundsituation, wie sie jetzt auch da ist. Aber es zeigt sich verbindlich, es lösen sich Geheimnisse auf, ja. Und heraus kommt aber ein sehr schöner, glücklicher Liebesimpuls. Vor allen Dingen eine ganz stärkende, tragende Kraft, eine Seelenverbindung, die hier mit da ist, Sonne und Mond zusammen, wirklich, du kommst aus dieser belastenden Phase heraus. Es wird keinerlei Mitstreiter hier mehr geben, die dir irgendetwas matig machen oder die sich einmischen, sondern es geht genau in die gewünschte und in die richtige Richtung hinein. Mucho, mucho amor.